Wenn es jemals einen heiligen Gral unter den Multiplayer-3D-Shootern gab, dann war das Quake 3 Arena. Erschaffen von id Software, die mit Wolfenstein 3D, Doom und Quake die PC-Szene der 90er prägten und von Actionspielern weltweit verehrt wurden. Quake 1 und 2 waren von Entwicklerseite primär als verwinkelte Korridor-Shooter erdacht. Jedoch genossen beide in der Multiplayer-Szene bereits einen sehr guten Ruf. Quake 3 Arena setzte nur noch auf Multiplayer-Schlachten, wahlweise mit Bots. Der Erfolg lag in der Einfachheit. Im Fokus stand das Deathmatch. Einer gegen einen oder jeder gegen jeden. Ausgetragen auf bis ins kleinste Detail durchdachten Karten, die durch Elemente wie Sprungplattformen und Teleporter die Vertikale so stark in den Mittelpunkt stellten wie kein Shooter zuvor. Auf manchen Maps konnte man ins Bodenlose fallen und die Runden mit Minuspunkten beenden. Dazu kam ein variantenreiches Waffenarsenal und die beeindruckende Grafik, umgesetzt mit der id Tech 3 Engine, die damalige Hardware wie kein Spiel seiner Zeit erhitzte. Quake 3 Arena wurde von einem 13-köpfigen Team entwickelt, das sich in der Nähe von Dallas ein paar Büros teilte. Für die Programmierung zuständig waren John Cash und John Carmack. Letzterer war bereits in den 90ern eine Art Rockstar der Spieleentwickler, der mit jedem Titel die Grenzen des Möglichen weiter verschob. Dennoch war der Weg zu Quake 3 Arena kein leichter. Auf das Ende 97 fertiggestellte Quake 2 sollte zunächst eine Erweiterung folgen, außerdem eine Art Quake 2 mit etwas besserer Grafik. Für Carmack war allerdings ein neuer Aufguss nicht genug, sowohl spielerisch als auch hinsichtlich der 3D-Engine. Und so verzog er sich Anfang 98 für eine Woche in ein Hotel in Florida, beschäftigte sich mit den neuen Engine-Technologien und kam zum seinerzeit radikalen Schluss, die nächste Grafik-Engine sollte ausschließlich Hardware-beschleunigt laufen. Im März 98 verkündete er öffentlich, Wir verstehen voll und ganz, dass dies zu einem erheblichen Rückgang unseres potenziellen Kundenstamms führen wird, aber alle waren es leid, unter den Einschränkungen des Software-Renderers zu arbeiten. Die unter dem Arbeitstitel laufende Trinity-Engine verarbeitete 24-Bit-Farben und unterstützte hochaufgelöste Texturen, was die Füllratenanforderungen für Grafikkarten um 50% nach oben schießen ließ. Mit IT Tech 3 ließen sich erstmals echte Rundungen darstellen. Dazu kamen von IT entwickelte Shader, Lightmaps und volumetrischer Nebel, der tatsächlich spielerischen Einfluss hatte. Offline-Spieler sollten die Möglichkeit haben, gegen clevere, unberechenbare Bots zu spielen. Intern stieß die Idee eines Multiplayer-Spiels bei einigen Designern zunächst auf Skepsis und auch die Quake-Community zeigte sich Zwiegespalten. Keine Puzzles, keine blauen Schlüsselkarten, keine Endgegner. Features, die bis dato zur DNA von IT-Spielen gehörten, sollten also fehlen. Das schürte Angst. Dazu kam der Zeitdruck. Die Entwicklung von Quake 3 Arena sollte ursprünglich nur ein Jahr dauern, doch schnell war klar, dass man den Termin nicht halten konnte. Im Nacken des Projekts prustete bereits Epic mit dem angekündigten Unreal Tournament. Die Bots sollten sich menschlich anfühlen und auch auf hohen Schwierigkeitsgraden nicht immer treffen, sondern in glaubwürdigen Toleranzbereichen auch mal daneben ballern. Die Entwickler kamen dabei einfach auf keinen grünen Zweig. Carmex-Engine-Co-Programmierer Hook kündigte schließlich sogar, im Mai 1999 veröffentlichte IT-Software dann die erste Testversion, Q3 Test 1, ohne Bots. Die Hilfe kam schließlich von außen. In Person des jungen holländischen Studenten Jan-Paul Wawren, der ein Bot-Add-on für Quake 2 geschrieben hatte. IT-Software ließ Wawren einfliegen und heuerte ihn direkt an. In kurzer Zeit entwickelte er für jeden Bot eigene Eigenschaften und intelligente Bewegungssysteme, wodurch man auf damals übliche Laufwege mit vordefinierten Wegpunkten verzichten konnte. Den Bots konnte man außerdem über ein Chat-System Befehle zuweisen. Sie antworteten sogar und suggerierten so eine Art eigene Persönlichkeit. Welcome to Quake 3 Arena! Quake 3 Arena erschien schließlich am 2. Dezember 1999, bestehend aus knapp 342.000 Zeilen Code. Spieler waren vom schnellen Gameplay angetan. Die Hardware-Industrie freute sich über die obszön hohen Anforderungen, ausreichend hohe Bildraten entschieden über Sieg und Niederlage. Professionelle Spieler schalteten sämtliche Grafik-Gimmicks ab, nur um noch höhere Bildraten zu erreichen, die bei Rocket Jump und Co. Vorteile verschafften. Quake 3 Arena wurde bei vielen Spielezeitschriften zum Standard-Benchmark von Grafikkarten und der Handel mit Gaming-Zubehör florierte. Die Entwickler schoben die Erweiterung Team Arena nach und gaben 2005 schließlich den Quell-Code frei und portierten das Spiel 2009 als Quake Live für Windows-Browser sowie 2014 als Standalone-Version für Steam. 2017 folgte das wenig erfolgreiche Quake Champions, das Original wird jedoch selbst heute noch online gespielt. Quake 3 Arena stieß zusammen mit Unreal Tournament eine Zeitenwende in der Computerspiele-Geschichte an und übernahm eine wichtige Rolle bei der Professionalisierung von Computerspielern und der fortschreitenden Akzeptanz von Online-Games. Gleichsam war das dritte Quake der Totengräber des Software-Renderings und damit ein wichtiger Weg bereiter technischen Fortschritts. Und es war schlicht ein verdammt gutes Spiel, das selbst 20 Jahre nach seinem Erscheinen richtig viel Spaß macht und noch immer viele Computer-Displays zum Leuchten bringt.